Moin Leute, heute geht es wieder aufs Turnier, aber mal wieder zu einem Drisco-Turnier, ich freue mich sehr. Und ich reite auch etwas recht Besonderes, sage ich mal so, und zwar eine Pony-API. Also es ist eine L2-Sterne-Dressur, wo nur Ponys an den Start gehen. Und es ist meine zweite, erst vor zwei Jahren oder so bin ich meine allererste genau an dem gleichen Turnier geritten, das ist super lustig. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns verbessern können, aber mal sehen. Die anderen stehen jetzt schon draußen, hier auf dem Pellock und können chillen, aber Eifi steht schon auf dem Transporter und jetzt geht's los. Wir sind angekommen und machen den Eifi jetzt mal fertig. Lia macht sich auch schon fertig da hinten. Und jetzt geht's los. So, Lia ist schon auf dem Weg zur Abreiterhalle. Ich habe hier noch meinen Groom-Rucksack gepackt und gehe dann jetzt auch hinterher. Es geht los. Also das Einreiten ist ja immer schon etwas recht Besonderes, denn es ist ja auf dem Niveau schon im Galopp. Ich bin hier von der linken Hand eingeritten, weil mir das viel, viel leichter fällt. Am Ende muss man leider von der rechten Hand aus einreiten und da sieht man auch unser Problem. Aber jetzt erstmal von dieser Hand. Das war richtig schön. Eifi stand schön geschlossen. Das hat mir richtig gut gefallen. Dann fängt er jetzt erstmal die Trabtour an. Und jetzt kommt sofort gleich als erstes ein Mitteltrab. Der war an sich eigentlich ganz gut. Der hat schön gezogen, aber er wird hinten halt immer so breit. Das ist so ein Problem von Eifi, sag ich mal so, wo wir immer wieder dran arbeiten müssen. Aber gut, so ist es eben. Und ja, dann kommen wir jetzt hier auch schon zur ersten größeren Lektion, sag ich mal so. Der Schulter herein. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu der Geschichte vor der Prüfung, denn wir waren mal wieder zu spät dran. Eigentlich gab es Startzeiten, aber ja, da wurde sich nicht richtig dran gehalten. Und ich konnte einfach nur zwei Paare abbreiten. Das war ein bisschen ärgerlich. Und für solche Lektionen jetzt hier war Eifi dann einfach noch nicht durchlässig genug. Also das Schulter herein war, ja, sag ich jetzt mal, nicht so großzügig. Und ja, auch die Traversalen waren dann so semi, sag ich mal so. Eigentlich können wir das besser. Dann kommen wir jetzt schon zur Schritttour. Und also Eifi hat die ganze Zeit so geradeaus geguckt und hat sich gar nicht auf mich konzentriert, weil hinter der Wande so eine Frau stand. Von dem her war die erste Schrittpirate nicht so gelungen, weil ich ihn erst relativ spät bei mir hatte. Die zweite war dann etwas besser. Am Ende so ein leichtes Schlenkern, aber gut. Dann kommt hier jetzt der starke Schritt. Und der ist eigentlich immer recht gut bei Eifi, weil Eifi hat an sich einen sehr, sehr guten Schritt. Und das ist natürlich zum Vorteil. Weiter geht es wieder in den Trab. Und jetzt sozusagen spiegelfett kehrt das, was wir vorhin auf der anderen Hand gemacht haben. Hier ist das Schulter herein. Und dann wieder die Traversale. Und ja, hier sieht man dann, dass Eifi einfach noch nicht so richtig durchlässig war, sich gar nicht richtig biegen wollte. Und ja, der war einfach so ein bisschen komisch gelaufen. Aber gut. Das wollen wir auf jeden Fall der nächsten Prüfung besser machen, dass wir länger abbreiten. Jetzt hier wieder ein starker Trab. Und hier sieht man jetzt auch deutlich, wie breit Eifi hinten wird. Das Halten war so semi, er lag mir relativ auf der Hand nach dem Trab. Und ja, das Rückwärtsrichten daraus dann auch so ein bisschen auf der Hand. Und dann sind wir nicht losgekommen. Da waren zu viele Trabtritte auf jeden Fall zwischen. Ja, genau. Das war natürlich ein bisschen irrgerlich, weil das ist schon ein sehr grober Fehler. Und ja, hier sieht man jetzt auch, ich habe ihn nicht genug zurückbekommen. Er liegt mir sehr auf der Hand. Und ja, das zieht sich jetzt eigentlich die ganze Zeit weiter so durch den letzten Teil der Prüfung. Jetzt hier gleich. Das hat mich auch so total geärgert. Das ist ja mir einfach ausgefallen. Und das war dann natürlich der zweite sehr, sehr grobe Fehler. Und ja, da dachte ich auch schon so, oh Mann, ey, das kann es echt nicht sein, weil das muss halt nicht sein. Das sind so unnötige Fehler. Aber gut, das kann auch mal passieren. Jetzt hier auch schon wieder habe ich ihn nicht richtig geschlossen gehalten. Aber da war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen frustriert von mir selbst, dass ich irgendwie ihn da nicht richtig geschlossen halten kann, dass er mir so auf der Hand liegt. Und ja, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Prüfung besser machen. Hier schon wieder. Es war dann einfach irgendwie mir auch ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Es war irgendwie alles ein bisschen träge und nicht so schön. Und jetzt kommen wir hier dann auch noch zum letzten Aufmarschieren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das ist unsere schlechtere Hand. Das sieht man jetzt gleich auch, weil ich Eifi da nicht richtig gerade halten kann. Er hat hier jetzt die ganze Zeit den Arsch schon sehr weit in die Richtung und ja, beim Halten dann deutlich. Und ja, das war dann einfach so ein bisschen Fehlersammlung in der Prüfung. Und am Ende gab es dann 62%. Das war auch vollkommen in Ordnung. Aber ich war jetzt nicht so zufrieden mit mir. Es ist jetzt schon einige Zeit vergangen, denn wir waren gerade Keksebacken bei meiner Oma. So, der erste Schritt Richtung Weihnachtszeit, würde ich sagen. Und Mama und Papa haben hier jetzt gerade den Stall auch noch ein wenig weihnachtlich aufgewertet. Und das schaut euch jetzt mal an. Sieht mega aus. Ich habe jetzt gerade ja schon mal das Heu in die Boxen gelegt und so und jetzt lassen wir die alle mal reinlaufen. Dori und Eifi sind jetzt gerade schon drin und jetzt ist auch Dallas noch und der Rocky und dann gibt es gleich auch noch Kraftfutter. Dori und Eifi 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 Dori und Eifi